Ja, Disziplin ist beim Thema Selbstfürsorge wirklich wichtig, aber, aber und dieses aber ist in XXL-Lettern geschrieben, der Gedanke gut zu dir selbst zu sein, der ja eigentlich schon im Wort steckt Selbstfürsorge, der steht beim Thema Selbstfürsorge Self-Care über allem, wirklich über allem. Punkt. Hey und herzlich willkommen zu Create & Care, dem Podcast, in dem es um dich und dein eigenes Wohlbefinden geht. Du erhältst von mir hier regelmäßig praktische Impulse zum Aufladen deiner Batterien im Alltag und Denkanstöße für deine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Tanja Kapell alias Frau Höllen und ich bin deine Begleiterin auf dem Weg zu mehr Kreativität und Selbstfürsorge im Alltag. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren frischen Folge im Create & Care Podcast. Diesmal wieder eine Impulsfolge, in der ich dich an meinen Erlebnissen, Erfahrungen, aber auch Erkenntnissen teilhaben lasse, um dich vielleicht vor der einen oder anderen Falle selbst zu bewahren. Und genau darum geht es heute auch, nämlich um die Stressfalle von Selbstfürsorge. Ja, was sich irgendwie ziemlich mysteriös anhört, aber auch ganz schön gefährlich, fast so gefährlich wie ein Talort-Grimi, ist tatsächlich auch ganz schön gefährlich für dich. Vor allen Dingen, wenn du dich gerade so ein bisschen mit dem Thema der Selbstfürsorge befasst hast, vielleicht auch den Mut gefasst hast, damit zu starten. Ich glaube, dann bist du genauso wie ich nicht davor gefeit, den ein oder anderen stressigen Moment in der Umsetzung dieser Selbstfürsorgemaßnahmen zu erleben. Vielleicht erkennst du dich in der folgenden Geschichte, die auf wahren Begebenheiten aus deinem eigenen Leben beruht, an der einen oder anderen Stelle sogar wieder. Stell dir vor, es ist früh morgens, der Wecker klingelt noch lange nicht, aber die Kinder sind schon mal um 35 wach und machen die Nacht zum Tag. So, das heißt, deine Nacht, meine Nacht ist auf jeden Fall schon mal beendet und der Morgen beginnt viel zu früh, viel zu unerwartet, viel zu fremdbestimmt. Die Kinder wollen bespaßt werden, die Kinder streiten sich. Die Kinder wollen natürlich um 5.45 Uhr schon ihr Frühstück auf dem Tisch stehen haben. Um 5.50 Uhr beginnt der nächste Streit um das Auto, das beide bespielen möchten. Da müssen sie sich anziehen, da muss vielleicht noch geduscht werden, Zähne müssen geputzt werden, alles wieder ausgeräumt werden. Vielleicht muss die Spülmaschine ausgeräumt werden, da muss ja auch noch gestaubsaugt werden. Ach, einen Hund gibt es ja bei uns auch noch, der hat vielleicht auch noch ein bisschen Hunger frühmorgens. Dann beginnt auch schon das alltägliche Programm des in den Kindergartenbringens, das dann meistens bei uns der Mann übernimmt. Und dann wäre eigentlich die Zeit, wo ich mich um mich selbst kümmern könnte. Aber ja, dann fühle ich mich irgendwie ein bisschen krank, da muss ich eigentlich, nicht eigentlich, sondern ich sollte auf jeden Fall auch noch duschen. Und dann wäre eigentlich tatsächlich auch die Zeit, wo ich mich hinsetzen und meine Morgenmutation durchführen könnte, die ich mir für mich selbst in meiner morgendlichen Routine so festgelegt habe. Aber es kommt einfach nicht dazu, weil bevor es dazu kommen kann, sagt mein Kopf schon, du, da ist ganz wichtig das Teammeeting um 9 Uhr. Und außerdem hast du ja auch die Deadline für das Projekt, die eigentlich schon gestern hätte fertig sein müssen. Und schon befinde ich mich wieder im Hamsterrad des Alltags und habe völlig vergessen, meine Selbstfürsorge einzuführen. Tja, und dann beginnt das, was noch viel schlimmer ist, als das eigentliche Nicht-Durchführen der Selbstfürsorge-Routine und Maßnahme. Der Stress, der sich dadurch im Kopf ergibt. Diese Gedanke, diese Gedanken, die wie ein fieses Damoklesschwert über einem hängen und einem den ganzen Tag sagen, wie schlecht man ist, dass man dieses eine kleine To-Do auf seiner unendlich langen To-Do-Liste jetzt auch wieder nicht erledigt hat. Nämlich sich um sich selbst zu kümmern, gefälligst nochmal. Weil halt doch wieder irgendwas anderes wichtiger war, man vielleicht doch sich einfach krank fühlt, Deadlines im Job sind, Teammeetings vorverschoben wurden, vielleicht hat man noch einfach verschlafen, ja das ganz alltägliche Leben eigentlich, aber das zählt alles nicht. Denn der innere Kritiker, der lässt einfach nichts an Argumenten zu. Der schaltet sich sofort wieder ein und redet alles schlecht und macht einfach alles zunichte, was man sich selbst irgendwie an Selbstmotivation innerlich aufgebaut hat. Na, kommt dir irgendwas davon vielleicht bekannt vor? Mir geht es tatsächlich ganz oft ganz genauso, wie gerade eben beschrieben. Und deswegen habe ich jetzt mal eine richtig harte, aber ehrliche Truth-Bomb für dich. Selbstfürsorge ist kein Leistungssport. Ja, das klingt hart, aber es ist wahr. Es geht bei Selbstfürsorge und bei all den verschiedenen kleinen Bestandteilen einer Selbstfürsorge-Routine in deinem Leben nicht um ein mehr, nicht um ein schneller, nicht um ein besser, weiter und höher. Und vor allen Dingen um keinen Vergleich mit dir selbst oder noch viel schlimmer mit anderen und untereinander. Es ist also kein Wettbewerb, in dem du bei Selbstfürsorge stehst, wo du irgendjemand irgendwas beweisen musst und am Ende vielleicht noch eine Medaille kassieren musst. Und leider Gottes wird das aber durch Medien genauso ganz oft vermittelt und beeinflusst. Nämlich, dass bei Selbstfürsorge wirklich diese große Gefahr des Leistungsdrucks der Selbstoptimierung besteht. Dass man sich selbst immer besser machen muss, dass man selbst immer mehr und immer besser für sich sorgen muss. Und wenn man das nicht schafft, dann hat man eigentlich schon wieder verloren. Dann ist man eigentlich schon eine schlechte Person. Aber das große Aber Selbstfürsorge dient eben nicht der Selbstoptimierung. Es ist nämlich nicht wie irgendein Leistungssport oder irgendein Diät-Wahnsinn. Obwohl, und jetzt kommt das große Obwohl auf der anderen Seite, es durchaus einige Parallelen gibt zur Sportwelt und zur Diätwelt. Nämlich die Selbstfürsorge, also dazu zählen ja unter anderem Techniken und Methoden wie Achtsamkeitsübungen, aber auch klassische Meditationstechniken, viel Selbstreflexion und so weiter. Diese ganzen Techniken und Methoden, die liefern keinen schnellen Erfolg auf Knopfdruck. Es ist also keine Tablette, die man einnimmt und dann hat man ein glücklicheres und stressfeieres Leben. Genauso wenig, wie man eine Tablette einwirft oder auf den Knopf drückt und man 20 Kilo verliert und irgendwie ein Sixpack hat. Klammer auf, die man als Frau ja auch gar nicht anstreben sollte, Klammer zu. Sondern eher Selbstfürsorge erfordert genauso wie Sport und auch Diäten Disziplin und Durchhaltevermögen. Und das ist die große Gefahr, dass man das alles in einen Topp trifft und sich denkt, ja, ich muss ja genauso diszipliniert sein, ich muss genauso durchhalten, um diese Selbstfürsorge in mein Leben einbauen zu können. Aber das Wichtigste am Ende des Tages ist, dass diese Selbstdisziplin, die man sich selbst auferlegt und die ja im Grunde genommen auch wichtig ist, auch für die Selbstfürsorge wichtig ist, die darf auf keinen Fall in Selbstkritik enden. Die große, große Gefahr ist tatsächlich, dass man einfach ein viel zu hohes Anspruchsdenken an sich selbst hat. Also ich will 10 Kilo in 20 Tagen verlieren. Ich will meinen Körperumfang um 10 Zentimeter schmälern oder sowas. Denn diese ganzen viel zu hohen und total surrealen Ansprüche, die führen natürlich zu einem massiven Frustrationspotenzial. Ist ja auch völlig klar, weil es einfach überhaupt nicht der Realität entspricht. Und das führt wiederum dazu, dass man ganz viele von diesen neuen Gewohnheiten, unter anderem auch Sport, Diäten, aber auch Selbstfürsorge ganz schnell wieder ganz weit wegschiebt von sich. Und das sind Gedanken und Erinnerungen, weil habe ich ja eh keine Zeit dafür und es verändert sich ja sowieso nichts. Der Unterschied zu Sport und zu Diäten ist aber ein ganz großer und wichtiger. Und das ist der, dass man eben nicht auf ein festes Ziel hin arbeitet. Also anders als beim Sport und auch bei Diäten sagt man bei Selbstfürsorge nicht, ich möchte jetzt 10 Kilo verlieren, ich möchte 10 Zentimeter verlieren, ich möchte irgendwie Fitnesslevel XYZ erreichen, in XYZ Tagen, sondern bei Selbstfürsorge ist der Weg das Ziel. Ich kann es nur wirklich ganz, ganz eindrücklich immer wiederholen und auch mir selbst immer wieder vorbeten und vorsagen, der Weg ist das Ziel. Das ist das allerwichtigste Mantra, wenn du dich mit dem Thema Selbstfürsorge und dir selbst Gutes zu tun befasst. Es geht hier von Anfang an und immer nur um den Prozess, den du antrittst und den Prozess, in dem du dich dabei befindest. Progress not Perfection ist auch wenn nicht das beste englischsprachige Mantra dazu, dass man sich immer vor Augen halten kann. Und genau darum ist wirklich jeder einzelne Mini-Schritt auf diesem Weg zu dir selbst ein wichtiger Schritt. Ganz egal, wie mini, 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 mini dieser Schritt vielleicht sein mag und wie viele oder auch eben wenige von diesen Mini-Schritten du an einem Tag oder in einer Woche unterbringst. Das macht also überhaupt keinen Unterschied. Das Ziel von Selbstfürsorge ist, dass du besser mit Stress umgehen kannst und dass du mit den Selbstfürsorgetechniken und Maßnahmen, die du für dich erarbeitet und herausgefunden hast, deine Batterien im Alltag einfach ständig und regelmäßig auftanken und aufladen kannst. Du sollst dich also auf keinen Fall, unter keinen Umständen, ich wiederhole es nochmal in aller Deutlichkeit, von deiner Selfcare-Routine oder auch von deinen Ritualen erschlagen fühlen und dich noch mehr unter einen gedachten, vermeintlichen psychischen Stress und Erfolgsdruck setzen lassen. Selbstfürsorge ist auch kein fester Termin in deinem Kalender wie irgendwie ein Team-Meeting oder sowas, den es auf Biegen und Brechen einzuhalten gilt. Ganz egal, was ist und was du fühlst und wie es dir geht. Deswegen ist es für mich zum Beispiel auch ganz wichtig, was andere empfehlen, kann ich aber nicht empfehlen, sich dafür einen Termin im Kalender zu setzen. Es wird ganz oft den Ratgebern empfohlen, habe ich auch schon oft gelesen, mach dir einen Termin im Kalender, wo steht meine Me-Time. Täglich, 14 Uhr, 16 Uhr, 8 Uhr in der Früh, was auch immer. Das wäre für mich tatsächlich fatal, weil Termine, die ich nicht halten kann, sind für mich der allergrößte mentale Ballast, den ich mir selbst auferlegen kann. Also es würde genau das Gegenteil bewirken, was Selbstfürsorge eigentlich bewirken soll, nämlich dir was Gutes zu tun, wenn du da einen fiesen, festen Termin dafür im Kalender einbaust, den du halt gar nicht realistisch jeden Tag halten kannst. Wenn es dir gut tut, bau dir gerne einen ein. Wenn dir auch Apps gut tun, die dich vielleicht mit einer Push-Notification einfach regelmäßig an deine Self-Care-Routinen und Rituale erinnern, dann nutze auch die. Aber fühl wirklich in dich hinein, ob das wirklich etwas ist, was dir dabei hilft, Selbstfürsorge aktiv zu betreiben oder was dein Stresslevel in Bezug auf Selbstfürsorgemaßnahmen eher erhöht. Stell dir doch einfach vor, deine Selbstfürsorge ist eher wie so ein Joker in der Hosentasche, den du immer mal wieder ziehen kannst. Oder sowas wie ein Koffer aus verschiedenen Bauklätzen, die dir Spaß machen, wirklich wie beim Kind auch Spaß bereiten, die dir Energie geben und die du ja immer wieder rausziehen kannst. Ein Köfferchen, was du immer wieder bei dir trägst, wirklich den ganzen Tag und wenn du mal wirklich Gelegenheit dazu hast, öffnen kannst. Aber eben kein Zwang dahinter besteht, diese Kiste mal zu öffnen innerhalb von 24 Stunden und vor allen Dingen, dir auch niemand ein schlechtes Gewissen macht, wenn du den Koffer mal zwei, drei Tage einfach ungeöffnet mit dir herumträgst. Also summa summarum möchte ich dir damit sagen, dass alle Tipps und Techniken, die du in diesem Podcast von mir und auch meinen Create & Care Produkten, also dem Booster-Programm und auch dem Club Up 2024 erhältst, die ganzen Sachen, die ich dir mitgebe und meine Ratschläge und meine eigenen Erfahrungen, Empfehlungen, solltest du nicht als etwas betrachten, was du jetzt auch noch unbedingt erledigen und bedenken musst, um unbedingt glücklich und erfüllt und stressfrei zu werden. Menschen wie ich, die von Natur aus tatsächlich schon sehr kontrolliert und perfektionistisch sind, die laufen nämlich tatsächlich große Gefahr, dass das Kümmern um sich selbst nur ein weiteres To-Do-Auf, der ohnehin schon unendlich langen Liste wird. Ich selbst war und bin tatsächlich auch immer noch ein super stark leistungsorientierter Mensch und strebe eigentlich bei allem, was ich tue, ja, nach 200% Perfektion. Und umso wichtiger und auch heilsamer war und ist es für mich auch, Selbstfürsorge nicht als Verpflichtung zu verstehen, nicht als To-Do wahrzunehmen und vor allen Dingen eben nicht als Termin in meinem Kalender zu verankern, sondern was mir geholfen hat, Selbstfürsorge als menschliches Grundbedürfnis wahrzunehmen. Zähneputzen ist mein bestes Beispiel dafür. Das ist für mich auch kein To-Do, das irgendwie super Stress bereitet in meinem Kopf, sondern es ist mein Grundbedürfnis, es zählt zu meinem Alltag. Ich mache es, ich hinterfrage es nicht, es stresst mich auch nicht und ich integriere es einfach in meinem Alltag, alltäglichen Rhythmus- und Morgenroutineprozess. Und genau das ist das Ziel, dass du Selbstfürsorge auch zu etwas machst, was wirklich einfach dein menschliches Grundbedürfnis erfüllt, was du nicht in Frage stellst, was du aber auch nicht erst mit viel Energie ansteuern und antreiben und aktivieren musst. Und was aber auch völlig okay ist, wenn du es einfach mal nicht machst, also auch meine Zähne nicht zu putzen, passiert mir zwar nie, weil es eben wirklich ein fester Bestandteil in meinem Alltag ist, aber wenn es mir passieren würde, ja, wäre es auch kein Hals- und Beinbruch, dann würde ich mir jetzt dafür auch nicht kastein, sondern würde ich einfach sagen, na gut, putze halt morgen früh umso länger und dann ist auch wieder gut. Summa summarum möchte ich dir jetzt noch mal fünf praktische Tipps wieder zum Schluss dieser Folge mit an die Hand geben, wie du der Stressfalle von Selbstfürsorge entkommen kannst. Nummer eins, erstelle dir wirklich dein ganz persönliches und individuelles Self-Care-Menü, aka Baukasten mit hübschen bunten Bauklötzchen, aus dem du dich bedienen kannst. Es ist unwahrscheinlich wichtig, dass du hier wirklich eine Summe von verschiedenen Methoden und Maßnahmen für dich findest und erarbeitest und auch das kostet erstmal natürlich Zeit und die Beschäftigung mit der Materie, also die Beschäftigung mit verschiedenen Möglichkeiten und Maßnahmen zur Selbstfürsorge, aber das Schöne ist, wenn du so einen verschiedenen und bunt gemischten Blumenstraße Möglichkeiten hast, dann kannst du dich von all diesen Möglichkeiten bedienen, ganz so, wie du es brauchst. Das wäre auch gleich mein zweiter Tipp, stets nach deinen Bedürfnissen zu handeln, bedürfnisorientiert, ist hier das Buzzword, und nicht nach einem strikten Plan, zum Beispiel einem Diätplan, einem Sportplan oder sonst was. Heißt, agiere immer so und sorge so gut für dich selbst, wie du dich gerade fühlst und was du für dich gerade brauchst. Aus meinem Leben kann ich zum Beispiel berichten, dass ich Tage, Wochen, Monate habe, an dem ich Yoga für mich gut empfinde und in dem es mir mit Yoga gut geht. Es gibt aber genauso gut auch Wochen und auch Monate, wo ich mit Yoga gar nichts anfangen kann in meiner Morgenroutine, wo ich vielleicht auch körperlich einfach ein bisschen eingeschränkt bin, ein bisschen kränkele. Gerade jetzt im Herbst hat man ja auch mit kleinen Kindern ständig irgendeinen Infekt, den man mit sich rumschleppt und nicht so wirklich auf der Höhe fühlt. Da zum Beispiel fühle ich mich alles andere, als motiviert, frühmorgens Yoga zu machen, wenn eh alles irgendwie noch wehtut und ich halb verschnupft bin. Dann reicht es mir, wenn ich mich einfach irgendwie auf meinen Hocker sitze und meine Morgenmeditation mache und dabei im besten Fall auch nicht einschlafe. Und auch das, also Punkt Nummer drei, da kommen wir gleich dazu, sei immer zu jeder Zeit voller Mitgefühl und Liebe dir selbst gegenüber. Es ist eine der wichtigsten Lektionen, auf dem Weg zu mehr Selbstfürsorge im eigenen Leben, sich wirklich zu behandeln wie seinen eigenen besten Freund. Also voller Selbstliebe für einen selbst zu strotzen und für mich war es tatsächlich und es ist auch immer noch eine der größten Herausforderungen auf diesem Weg und auf dieser Reise zu mir selbst, dass ich, ja, ja, platt gesagt lieb zu mir selbst bin, dass ich nachsichtig mit mir bin und dass ich mich nicht ständig von meinem eigenen inneren Kritiker, der wirklich eine ganz schöne fiese Nummer ist, fertig machen lasse. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zum letzten Punkt, den ich dir mitgeben möchte, nämlich erlaube dir Pausen und Rückschläge, denn guess what? Das ist das Leben. Das ist ganz menschlich und sei doch mal ehrlich zu dir selbst und ein Freund würdest du dafür auch doch auch nicht verurteilen, wenn er dir sagt, boah, heute bin ich irgendwie aufgestanden, habe ich nicht so gut gefühlt und habe keine Zeit, Energie, Kraft gehabt, um XYZ aus meiner regulären Morgenroutine zu vollziehen, oder? Und zu dem sagen, boah, was bist denn du für einer? Wie kannst du es wagen? Bist du schlecht? Schäm dich. Ich glaube, dann wäre er oder sie längste Zeit ein Freund, deine Freundin gewesen. Nee, also Freunden verzeihen wir auch alles. Freunden sagen wir auch, ist doch nicht so schlimm, ist doch nur einmal gewesen, mach doch morgen einfach nochmal. Freunden geben wir auch Streicheleinheiten, die umarmen wir, die diebkosen wir und denen verzeihen wir auch alles. Und genau mit dieser Einstellung sollten wir, solltest du, auch mit dir selbst sprechen, mit dir selbst in Kontakt treten, in Verbindung treten und dann fällt es dir auch umso leichter, Selbstversorger in deinen Alltag zu integrieren und es auch mal zu akzeptieren, wenn es halt einfach keinen Platz gibt dafür. Ich möchte diese Folge mit einem, wie ich finde, sehr treffenden Zitat beenden, nämlich einem von Max Ehrmann. Übe gesunde Selbstdisziplin, doch sei dabei gut zu dir selbst. Ja, Disziplin ist beim Thema Selbstversorge wirklich wichtig, aber, aber, und dieses aber ist in XXL-Lettern geschrieben, der Gedanke, gut zu dir selbst zu sein, der ja eigentlich schon im Wort steckt Selbstversorge, der steht beim Thema Selbstversorge, Selfcare, über allem, wirklich über allem. Punkt. Wenn du in dieser Folge auch wieder ein paar Impulse für dein eigenes Leben mitnehmen konntest, du vielleicht ein paar Aha-Momente hattest, dann empfehle die Folge doch gerne deinen Freunden weiter, ob auf Oldschool-Weg per Mund oder auf modernem Weg über Instagram und Co. Abonnier gerne meinen ganzen Podcast-Kanal, gib der Folge beziehungsweise dem Kanal gerne eine positive Bewertung, dass vielleicht noch mehr Menschen da draußen, die auch in diese Falle tippen und tappen könnten, von den hilfreichen Tipps erfahren aus dieser Folge. Und wenn du dich für konkrete Selbstversorge, Maßnahmen, kreativer Art interessierst, dann schau doch mal in den Shownotes vorbei, da ist mein Create & Care Booster-Programm verlinkt, wo du wirklich praktische Möglichkeiten und Ideen findest, um gut für dich selbst im Alltag zu sorgen. Klammer auf und dabei immer gut zu dir selbst zu sein. Klammer zu. In diesem Sinne, pass gut auf dich und deine Batterien auf und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf dich.